Irgendwo hinter einem der Fenster könnte sie stehen. Die Frau, die sich Babsi nennt. Die auf den nächsten Kunden wartet, wie jeden Tag, von 10 bis 10. Mandy arbeitet in einer Bar. Babsi und Mandy. Beide bieten Sex an für Geld. Ich mache mir nicht viel aus Sex, habe mir noch nie viel draus gemacht. Da habe ich wohl immer die falschen Typen gehabt, wenn ich so zurückdenke. Nur einmal, da war ich 18, der war immer sehr zart zu mir, aber das hat nicht lange gehalten. In Clemens Meyers Roman im Stein ist Mandy eine von vielen Stimmen, die ihre Geschichte erzählen. Geschichten von der Straße, von der Nacht, von verlorenen Illusionen, von alten und von jungen Frauen. Von denen, die sich was dazu verdienen und denen, die gezwungen werden zur Prostitution. Und da sind all die Männer, die diese Frauen benutzen. Ich wollte nie einen Roman über das Rotlichtmilieu schreiben, sondern einen Roman, der sich viel mehr darstellt. Wo vielleicht das anfangs mal der Kern war, die Keimzelle. Was dann aber natürlich viel größer geworden. Im Stein ist ein Gesellschaftsepos geworden. Angesiedelt im Leipzig der 90er Jahre, als die Goldgräber aus dem Westen meinten, hier ganz schnell das große Geld machen zu können. Mit Immobilien, mit Prostitution. Eine Welt, in der alle träumen und die meisten verlieren. Man lebt, hat Spaß und stirbt. Also das ist vielleicht immer so gewesen. Aber in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, das hat sich alles nochmal komplett beschleunigt. Im Stein leben die Menschen eingemauert. Ein düsteres Bild unserer Zeit. Das ist eine große, vielstimmige, chorische Konstruktion, die Clemens Mayer in dem Roman im Stein macht. Und es ist gleichzeitig ein Abbild unseres kapitalistischen Systems. Und das in seinem sehr, sehr engen, man kann fast sagen, randgesellschaftlichen Kontext. Dem Rotlichtmilieu im Osten Deutschlands. Und wie er das macht, in realistischen, surrealen, fantastischen, bis hin zu Comic-Elementen, das ist einfach großartig.